Soll ich in der Armee entlassen werden, ja? Und er fragt ihn, der oberste, so Hauptmann, ja? Zahnse, Schulze, was machen Sie, wenn Sie nur aus der Armee bei uns entlassen werden, aus der Reichswehr? Was wollen Sie machen? Hat er gesagt, gestanden Sie, Herr Hochmann, ich kaufe mir eine Kanone und mache mir selbstständig.